Für einen Rollstuhlfahrer ist es auch wichtig, einem weiteren Risiko und einer Gefahr vorzubeugen, nämlich, dass während der Fahrt zum Beispiel der Fuß unter das Bremspedal rutscht. Und damit das nicht passiert und eventuelle Bremsbewegungen verhindern kann, haben wir eine Pedalabdeckung, die sehr leicht eingebaut und herausgenommen werden kann. Ich zeige das mal kurz. Mit einem Handgriff kann die Pedalabdeckung entfernt werden, sodass auch jeder andere wieder mit dem Auto fahren kann. Und genauso leicht kann sie auch wieder aufgesteckt werden. Damit man sicher ist und hier nichts passieren kann während der Fahrt.